Hallo, mein Name ist Linda Kelly und gemeinsam mit meinen Eltern und meinem Mann bewirtschaften wir einen Biolandhof im Bodensee Hinterland im Landkreis Sigmaringen. Wir ackern für die regionale Versorgung unseres Landes. Regionalität ist für mich sehr, sehr wichtig. Das, was hier auf unseren Äckern wächst, das ist unser Superfood und wichtig für unsere Ernährung. Das Natürliche an meiner Arbeit ist, dass ich viel draußen bin, mit der Natur zusammenarbeiten kann, mit Tieren zusammenarbeiten kann, aber auch viel mit Menschen und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also für mich ist ganz wichtig, dass wir hochwertige, qualitative Produkte erzeugen und beste Qualität daraus generieren. Allein schon hier in Baden-Württemberg zu leben und hier in dieser Bodensee Hinterlandregion ist für uns ein Privileg und spielt natürlich ganz stark auch in die Landwirtschaft mit, in die Strukturen von der Landwirtschaft, in die Landschaften selber und natürlich auch in der Art von Produkten, wo wir anbauen, beziehungsweise Kulturen, wo wir anbauen. Also eigentlich ist das ja der tollste Job, den man haben kann, Menschen mit so tollen Lebensmitteln zu versorgen und einen Teil von ihrem Ich zu gestalten. Also ich glaube, einen tolleren Beruf gibt es nicht. Landwirtschaft zu betreiben ohne Herzblut ist nicht möglich und deswegen steckt unsere ganze Leidenschaft und unser ganzes Herzblut hier drin, auf den Äckern, auf den Wiesen, in unseren Produkten, auch in der Familie selber, das kann man nur so leben. Ich glaube, wir müssen gleichneinen economicen, glaube ich, aber nicht mehr. Dematic- IV. Ich habe voll abgeholt.